Aus verfassungsrechtlichen Gründen benötigt man für ein Projekt regelmäßig mehrere Genehmigungen bzw. Bewilligungen. Eine Ausnahme davon bildet die sogenannte Genehmigungskonzentration, mit der ich mich in meinem heutigen 3-Minuten-Umweltrechts-Video befassen möchte. Hallo und herzlich willkommen bei 3-Minuten-Umweltrecht. Mein Name ist David Sucheneck, ich bin Rechtsanwalt bei der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederhobe & Partner. Wir sitzen in Wien, Salzburg und Graz. Heute möchte ich mich, wie ich eingangs schon erwähnt habe, mit der sogenannten Genehmigungskonzentration befassen. Doch zuvor gehen wir einen Schritt zurück. Für Projekte braucht man grundsätzlich verschiedene Genehmigungen. So braucht man möglicherweise eine wasserrechtliche Genehmigung, eine Naturschutzgenehmigung nach dem Landesnaturschutzgesetz, und möglicherweise eine forstrechtliche Rodungsbewilligung. Das bedeutet, man braucht für ein und dasselbe Projekt bei verschiedenen Behörden mit unterschiedlichen Sachverständigen unterschiedliche Bewilligungen. Das hört sich natürlich relativ aufwendig an und tatsächlich war das nicht immer die effizienteste Methode, Projekte zu bewilligen. Daher hat man schon früh begonnen mit sogenannten Verfahrenskonzentrationen. Das heißt, bereits das AVG, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, sieht das vor, dass bestimmte Ermittlungsverfahren zumindest verfahrensrechtlich verbunden werden können. Die Bescheide müssen aber dann noch einzeln ergehen. Allerdings sind diese Grenzen sehr eingesetzt bei dieser Verfahrenskonzentration und haben noch nicht wirklich Abhilfe geschafft. Echte Abhilfe schafft aber eine Genehmigungskonzentration, die nicht nur das Verfahren sozusagen vereint und konzentriert in, das heißt, eine Behörde führt ein Verfahren und genehmigt auch konzentriert. Das heißt, für ein Projekt gibt es einen Genehmigungsbescheid. Das heißt, ich brauche nicht mehr mehrere Bescheide bei mehreren Behörden beantragen, sondern bekomme alles in einem genehmigt. Paradefall für eine solche Genehmigungskonzentration ist natürlich das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, das UVB-Gesetz, das eine solche sogenannte Vollkonzentration vorsieht. Aber nicht nur im UVB-Gesetz gibt es derartige Konzentrationen, auch beispielsweise in der Gewerbeordnung, hier allerdings nur partiell, beschränkt auf gewisse bundesrechtliche Materien, und im Abfallwirtschaftsgesetz, wo auch eine fast vollständige Genehmigungskonzentration gegeben ist. Diese ist natürlich sinnvoll und sollte auch in Zukunft weiter vorangetrieben werden, um größtmöglich oder schnellstmöglich Projekte in Österreich zu genehmigen. ... Vielen Dank.